Das ist ein Verkloppen, das ist besser. Das macht gar Spaß mehr im Leben. Bulle Bulli, sonst die Ruhe selbst, ist heute leicht geheizt. Hör auf hier! Legt mir am Arsch, geh raus hier! Das ist Schwade und so, da hat er eigentlich... Ich bin ganz lieber. Jauche fahren ist Männersache. Da lässt er sich nicht helfen, auch nicht von Hildegard. Scheiße da! Scheiße! Legt mir am Arsch! Früher ging das immer ruckzuck, aber mit 72 ein Kraftakt. Wenn man hier den ganzen Tag arbeitet, liebe Scheißteile! Dann habe ich mal alles weg! Die anderen büren jetzt auch! Vielen Dank.